Georg Simon Ohm war ein deutscher Physiker. Leben Ohm entstammte einer alten Bürgerfamilie, die seit vielen Generationen das Schlossergewerbe vom Vater auf den Sohn weitergab. Sein Vater Johann Wolfgang kehrte nach zehnjähriger Wanderschaft als Wandergeselle nach Erlangen zurück. Er warb 1785 DK Sekundenmeisterrecht und heiratete Elisabeth Maria Beck. Nebenher widmete er sich dem Studium der Mathematik und der Kantienphilosophie. Der Vater führte seine beiden Söhne Georg Simon und Martin, die entgegen der Familientradition das Gymnasium besuchen durften, früh an die Mathematik heran und erteilte ihnen selbst Mathematikunterricht. Im Alter von 15 Jahren wurde Georg Simon um einer fünfstündigen Prüfung durch den Mathematikprofessor Karl Christian von Langsdorf unterzogen, der seine außerordentliche Begabung und sein weit überdurchschnittliches Wissen auf dem Gebiet der Mathematik bestätigte. Der Professor war so beeindruckt, dass er im Schlusssatz seines Gutachtens die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass aus der Familie des Schlossermeisters ein neues Bernoulli-Brüderpaar erstehen möge. 1805 begann Georg Simon um als 1,6-Jähriger ein Studium der Mathematik, Physik und Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten musste er das Studium nach einem Jahr abbrechen und ging als Mathematiklehrer an eine Privatschule im ehemaligen Kloster Gottstadt in der Schweiz. Mit 22 Jahren kehrte er nach Erlangen zurück, wurde dort 1811 mit einer Arbeit über Licht und Farben zum Doktor promoviert und arbeitete in Erlangen dann drei Semester lang als Privatduzent für Mathematik. 1813 wurde er Lehrer an der Realschule in Bamberg, 1817 Lehrer der Physik und Mathematik am Jesuitengymnasium in Köln und 1826 an der Kriegsschule in Berlin. Sein Hauptinteresse galt der damals noch weitestgehend jünger Forschten Elektrizität. 1833 wurde er Professor an der Königlich-Polytechnischen Schule in Nürnberg, die er ab 1839 auch als Direktor leitete und die heute seinen Namen trägt. 1849 wechselte er an die Universität München, wo er zunächst eine außerordentliche, ab 1852 eine ordentliche Professur für Experimentalphysik inne hatte. Zu seinen Schülern gehörten der Mathematiker Peter Gustav Lechon-Dirigle und der Astronom Eduard Heiß. Seine letzte Ruhestätte fand Georg Simon um auf dem alten südlichen Friedhof in München. Werke, die Schriften ums sind zahlreich. Die wichtigste war ein 1827 in Berlin veröffentlichter Artikel mit dem Titel »Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet«. Dieses Werk, dessen Anfangsideen in den zwei vorangegangenen Jahren im biografisch-literarischen Handwörterbuch der exakten Naturwissenschaften von Johann Salomon Schweitzer und Johann Christian Poggendorf erschienen waren, hat einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Theorie und Anwendung des elektrischen Stroms ausgeübt. Ohms Name ist in die Terminologie der Elektrizitätslehre eingegangen. Als Ohmsches Gesetz wird die Proportionalität zwischen Stromstärke und Spannung in einem elektrischen Leiter bezeichnet. Die Ohm im Frühjahr 1826 gefunden hatte, die Proportionalitätskonstante wird als elektrischer Widerstand bezeichnet, dessen es je Einheit das Ohm ist. Ohm stellte 1843 auch eine Theorie der Aliquote oder Obertöne auf. Ehrungen 1839 Korrespondierendes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1841 Verleihung der Kopley-Medaille der Royal Society 1842 Ernennung zum Auswärtigen Mitglied der Royal Society 1845 Ernennung zum Auswärtigen Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1850 Ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1853 Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst Postum 1881 wird auf dem Erste Internationalen Elektrizitätskongress die Einheit für den elektrischen Widerstand nach Ohm benannt. Eine Büste von ihm steht in der Ruhmeshalle in München. Nach ihm benannt ist die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm bundesweit eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das Ohm-Gymnasium in seiner Geburtsstadt Erlangen und das Georg Simon Ohm-Berufskolleg in Köln tragen ebenso seinen Namen. Der Asteroid Ohm wurde nach ihm benannt. Ein Krater auf der Mondrückseite wurde ebenso nach Georg Ohm benannt. Liste ausgewählter Werke Grundlinien zu einer zweckmäßigen Behandlung der Geometrie als höheren Bildungsmittels Vorläufige Anzeige des Gesetzes, nach welchem Metalle die Kontaktelektrizität leiten. Über Leitungsfähigkeit der Metalle für Elektrizität Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet Nachträge zu Ohms mathematischer Bearbeitung der galvanischen Kette Sendschreiben des Dr. G. S. Ohm-Professor zu Berlin an den Hofrat Pfaff Professor zu erlangen. Über die Definition des Tones nebst daran geknüpfter Theorie der Sirene und ähnlicher tonbildender Vorrichtungen. Elemente der analytischen Geometrie im Raume am schiefwinkligen Koordinatensysteme ist gleich Beiträge zur Molekularphysik 1. Erklärung aller in einachsigen Kristallplatten zwischen geradlinig polarisiertem Licht wahrnehmbaren Interferenzerscheinungen. Grundzüge der Physik als Kompendium zu seinen Vorlesungen. Sonstiges 1914 gründeten in Japan die Herren Hiruta Ogimoto unterstützt von Herrn Maruyama einen Verlag für technisches Wissen, den sie nach ihren Anfangsbuchstaben um SHA nannten, natürlich mit Bezug auf Georg Simon Ohm. ction Heulein 4. 5. 5. 7. 10. 9.